So, da sind wir auch wieder bei Forza Horizon 2 mit unseren Hypercars diesmal. Mit einem schönen Aventador à la 700 PS. Oh, 700 PS! Oh, da fährt ein Veneno. Hä? Ich hab dich doch gar nicht gerufen, Anna. Tut mir leid, wollte nicht. Ähm. Ich hab eben gerade mal geguckt, wie weit ein Download bei Steam ist. Alter. Fuck, Entschuldigung. COD Ghost, weißt du? Braucht 7,5 Gigabyte. Ist in Ordnung. Voll okay. Voll okay. Aber der Multiplayer braucht 30? Der verschissene Multiplayer braucht mehr als das Hauptspiel. Was haben die sich denn da gedacht, Alter? Ups. Alter, zwei Crashes und der ist auch schon hin. Der ist genau wie der M6. Ist bestimmt ein Verwandter. So, quer durchs Gebälk. Wenn möglich, bitte wenden. Sie haben ihr Ziel erreicht. Huch. Wow. Ah. Wow. Entschuldigung. Sisteron Hypercar. 1 zu 4 Straßenrennen. Im Regen. Oh, shit. Was haben wir denn da? LaFerrari, Bugatti hab ich da hinten gesehen. Veneno. So, schön in Corsa-Mode rein jetzt. Ich bin ja Lamborghini-Fan. Das wissen ja die einen oder anderen. Und wenn es ein Auto gibt, mit dem ich richtig gut fahren kann, dann ist es der Aventador oder der Gallardo. Oh, Gangwechsel in unterhalb einer Sekunde. Gibt's Stoff! Wo sind denn die anderen? Oh. Alter, diese Beschleunigung selbst beim nassem Wetter. Das ist ja viel lauter im Innenraum. Ups. Alter, man sieht ja hier gar nichts. Das ist ja richtig schwer. Was mache ich denn da? Ich würde es einfach euch mal zeigen, mit dem Drehzahlmesser. Ich finde das sehr geil animiert. Wow. Also, mit Cockpit-Ansicht zu fahren, ist echt schwer. Alter. Man sieht definitiv weniger. Deshalb fahre ich so, damit man was vom Game sieht. Alter, 200 bei strömendem Regen. Ich hätte so Schiss wegen Aquaplaning, dass die das hier nicht eingebaut haben. Weil ich jetzt voll in die Eisen gehe. Das Ding bremst wie sonst was. Trotzdem. Oh, war ja auch schnell das, ne? Bin ich der Einzige Level 40er? Oh, der eine hat erst 93%. Voll abgehängt, die Säcke. Keiner ist mit dem Aventador gefahren. Was haben wir denn da? Königseck, Agera, Pagani, Veneno. Bugatti, Supersport, Ferrari, Maserati. Doch, einer. Lord Delta. Ich bin noch nicht hundertprozentig gesund, das wisst ihr. Aber ich will jetzt endlich aufnehmen. Ich kann nicht nochmal eine Woche aussitzen. Und ich meine, es geht ja jetzt einigermaßen. Es geht. Es ist jetzt nicht so übertrieben, oder? Vollidiot. Nein, nein. Du bist doch ein Affe. Hä? Ah, jetzt ist Anna verfügbar, aber wir fahren mal gleich weiter. Hier. Nächsterin. Halt! Nein. Jetzt fährt er hier schon zum dritten Mal vorbei. Jetzt ist er mir. Lamborghini Veneno. Aber der hört sich sehr hell an, Alter. als ob das ein 14-Zylinder wäre. Sehr hell. Na, komm. Der Ventador ist echt eine Meisterkunst an Design. Man sieht von außen den Tacho, aber man sieht jetzt nicht irgendwie, in welcher Drehzahl man gerade ist, oder? Ich sehe jetzt nichts. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Nein! Boah, McLaren P1. Rechts abbiegen. Ah, Hyperklasse mag ich doch am liebsten. Endlich mal bei schönem Wetter. Jetzt kann man die volle Beschleunigung des Aventadors ausnutzen. Kann man eigentlich hier so Tuning-Einstellungen laden? Ja, natürlich. Kann man vielleicht mal gerade so die richtigen Reifen aufziehen noch. So, Corsa-Mode. Runde von der Bremse und Feuer. Alter, wie der zieht. Und diesmal heißt es Corsa-Mode. Und nicht Sport Plus, wie bei BMW. Weiß jemand, was Corsa heißt? Rennstrecke. Runde. Corsa heißt Runde, glaube ich. Ich sag mal, der Aventador, der schaltet ja unglaublich schnell. Innerhalb von 0,5 Sekunden ist der nächste Gang drin. Weil es ein... Es ist irgendwie so... Ich weiß nicht, wie heißt dieses Getriebe, was der hat? Irgendwas mit 1 und noch was. Also welches Getriebe hat, weiß ich jetzt gerade nicht. Jedenfalls, äh, da ist kein Schleifpunkt oder so gar nichts. Das ist so zack, bumm, da ist der Gang. Und es gibt ja, äh, die, ähm... Einstellungen Corsa, Sport und... Lounge oder Normal? Das weiß ich jetzt nicht. Ups, falscher Gang. Ich sag mal, wenn man auf Normal stellt, ist dann die Schaltung immer noch so ruppig? Also wirklich, dass in 0,5 Sekunden geschaltet wird? Oder dauert dann der Gangwechsel eine Sekunde oder zwei Sekunden und dann ist er ein bisschen sanfter? Das würde mich mal interessieren. Weil sonst habe ich... Ich kenne den Aventador nur so... Also wie hier wirklich nach 0,5 Sekunden ist der nächste Gang drin. Also kenne ich den. Aber ich sag mal, im Normalen, äh... Wenn man die Launch Control auf Normal stellt, ob dann... Bei Sport ist das natürlich wieder ein bisschen ruppiger. Aber bei Normal, ob man da, ich sag mal, sogar... Recht entspannt fahren... Ich komm an den Bugatti nicht ran. Jetzt aber. I have a message. Wo kommt die Message her? Ich war das Rennen noch zu Ende. Kann sein, dass das der Dreamtext ist. Weil der hat mir heute, äh... Ne, gestern, glaube ich, das letzte Mal geschrieben. Die 24 Stunden sind rum. Also das könnte ja sein. Und da sind meine Eltern, die sind momentan im Urlaub. Und die melden sich einfach mal. Die melden sich so, ich sag mal, alle drei Stunden melden die sich, dass alles in Ordnung ist. Finde ich auch gut. Weil sonst sitzt man zu Hause, man hört nichts von den Eltern, dann ist, äh... Habe ich immer so ein unruhdes Gefühl, es könnte was passiert sein. Weil ich sag mal, wenn, äh... Ich sag mal, die Eltern sind ungefähr 1000 Kilometer von einem entfernt oder noch weiter. Und dann heißt das, ey, irgendwie, äh... Vater liegt im Krankenhaus oder Autounfall oder sonst irgendwas. Und du kannst nichts machen. Das ist schon ein richtig gehindertes Gefühl. So. Wer hat geschrieben? Moment. So, weiter geht's. Immer noch. Ich könnte noch ein Rennen machen, ne? Drei Rennen in einer Folge. Ey, dann mach ich die Hypercast gleich in alle einer Folge, ne? Haben wir 20 Minuten? Das passt schon. So. Ja. Jawoll. Das war eigentlich das höchste Level, was ihr mal, äh, bei Forza gesehen habt. In den ganzen Mitspiel. Und ich glaub, was ich mal das letzte Mal gesehen hab, waren, glaub ich, äh, 120 oder 121 hab ich bis jetzt gesehen. Ich denke mal, hier gibt's auch ein Level bis 1000, genau wie beim Motorsport 5, da kannst du, glaub ich, bis 1000 erreichen. Äh, also Level 999, aber ich weiß nicht, wurde das schon erreicht? Ich denke mal. Da gibt's dann bestimmt den ein oder anderen Hardware-Sophie. Im Kreisverkehr, die zweite Ausfahrt nehmen. Kreisverkehr? Ich fahr einfach gerade aus. Oh, der ist schon. Stopp. Ah, der sieht so geil aus, einfach. Ah, ich liebe Lamborghini. Ich würde am liebsten selbst einfahren, wenn der nicht so teuer wäre. Aber das mag ich und der Dreamtex-Mama haben uns gesagt, wir mieten mal ein für ein Wochenende. Das werden wir auch auf Video aufnehmen. Genau wie unseren Urlaub, den wir mal planen. Ja, ein bisschen zur Seite rücken. Corsa Mode 6. Na, eigentlich ist er bei 5000 Umdrehungen, glaub ich. Ich glaub, der Corsa Mode beginnt bei 5000 Umdrehungen. Beziehungsweise die Launch Control. Gibt erst ab 5000 Umdrehungen den Motor frei. Beziehungsweise die Bremsen. Weil, ich sag, man hält ja, man hält den Fuß voll auf dem Gas. Die Launch Control regelt das automatisch auf 5000. Oder weniger oder mehr, das weiß ich nicht, wie viel das sind. Ich glaube, es sind 5000, hab ich mal gesehen. Und wenn man dann bei 5000 ist, muss man einfach nur noch runter von der Bremse und dann schießt das Auto los. Und man muss nur noch Gas geben. Schalten, äh, geschaltet wird vom Auto. Man kann auch selber schalten. Mann! Aber ich glaube, äh, meine Fresse, ey, die Folgen, die werden immer größer, immer größer. Aber gut. Neuer Rekord, in 20 Minuten eine komplette Meisterschaft durchgefahren. Aber ich glaub, wir hatten auch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 2700 kmh. Mach nochmal eine Null weg, das ist vielleicht realistischer. Ansonsten, ähm, so weit lässt sich der Aventador eigentlich sehr gut fahren. Mal sehen, was jetzt noch in Zukunft alles kommt, ne? Auf jeden Fall müssen wir nur noch 5 Meisterschaften und dann geht's ins Finale. Finale! It keeps on. And even when our hope is broken. We keep on. Keep on. We keep on. Chele not. Achso. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. 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 Ja.